Und willkommen zurück und mal sehen wo Terra jetzt gelandet ist. Um... Somewhere out there? There's this tree with star-shaped fruit. Aqua... Ven... I wonder if we'll ever be a team again. Looks like all the things that once held us together... just push us further away. And now the light has led me here. What am I supposed to do? Hey! Slow down! Would you just wait for me? Keeping up already? Come on, Sora! I can't run anymore! Light... Was I guided here in order to meet that boy? Oh! Ahoy! We're over here! Riku, race ya! First one to the boat gets to be captain! Come on! You call that a running? Hey! Did you come from the outside world? Huh? Why would you say that? Because nobody lives out here. And I know you're not from the main island. Smart kid. So how about you? What are you doing here? Oh. My friend's dad took us out on the boat. This is where we like to play. But... They won't let us row out here by ourselves. Not till we get older. Must be hard, huh? Stuck in one place? I heard once... It was a kid who left for good. So how did you get here anyway? Is there... Some reason you're interested in the outside world? Yeah. I wanna be strong one day. Like that kid who left. He went to the outside world. I bet he's really strong now. I know it's out there somewhere. The strength that I need. Strength for what? To protect the things that matter. You know, like my friends. Outside this tiny world... Is a much bigger one. In your hand, take this key. So long as you have the makings. Then through this simple act of taking. Its wielder you shall one day be. And you will find me, friend. No ocean will contain you then. No more borders around, or below, or above. So long as you champion the ones you love. Riku! Come on, hurry it up! You gotta keep this a secret, okay? Otherwise all the magic will wear off. Hmm. Hey, what was that all about? Eh, you know. Know what? Why won't you tell me? Who was that guy? Somebody you know? Maybe. Oh, there you go again! Just tell me! I really can't. I've gotta keep it a secret. Not with me you don't. I'm like the best secret keeper in the world. Nice try. Aw, Riku! Protect the things that matter. Right. My friends matter to me too. So? I still have things that I have to protect. Hinter dem... Hinter dem... Hinter dem Horizont haben wir jetzt bekommen. Das Licht, ist es, Ben? Master Terra, find me. Wir müssen zu sprechen. Master Xehanort. Das wäre doch nicht besser gewesen, wenn man das nicht verfeuchtet würde. Leider gibt es die Möglichkeit dazu nicht. Da ist ein kleines Licht und kann ich irgendwo hin leider? Nein. Das ist ein kleines Licht. Das ist ein kleines Licht. Das ist ein kleines Licht. Master Xehanort, du willst mich sehen? Es gibt keine Zeit, dass ich mich verlete. Ich habe eine schreckliche Nachdenke. Venge ist ergezelt in den Akten ihrer Oreszen. Dann? Ich habe ihn gerade gesehen. Er hat mich in der Hand geflogen. Was passiert? Ventus ist auf dem Weg nach Hause. Wenn du siehst die Füren in seinen Augen. Ich bin sicher, dass er überhaupt nicht möglich ist. Ich glaube, der Mann kann versuchen, die Wahrheit zu verletzieren. Master Terra, Du musst zurückkommen und siehst zu deinen Freunden Sicherheit. Natürlich. Wir wissen ja, was eigentlich geschah. Das heißt, jetzt kommt das große Grauen. Du musst dir diskutieren. Du musst dir runterkommen. Du bist schеф controle. Und dann wird das Coleman zurück! Das heißt, garmentise der Hand machen. Versassembleestar année neuen coughing. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du bist mein Meister, aber ich werde dich nicht verletzen, meine Freundin! Hat die Schmutz genommen dich, Terra? Warte, Terra! Hm, wie diese Missverständnisse... Ich bin mit, Schmutz! Wacht, Schmutz! Auf, an цaren! Heal! Say goodbye! Let's go! Drop! Take that! You're done! Take that! You're done! Take that! You're done! Heal! Take that! I don't think that's so good. Nein! How could you? Yeah, Pera, wie konntest du nur? No! What have I done? Master, I just wanted to keep Ben safe. No, you were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now, I've done worse. Raised my keyblade against you and Ventus. My own heart is darkness. I have no one to blame but not for the darkness. Damn! Oh! I was right! Am I to be dead? Master Arrakis! Was für ein Geheimnis! Warum hast du dich mit Reibung, Master Terra? Der Mann war erinnert auf einem Arm für deine Freundin, seine eigenen Pupil. Master Xehanor, warum? Du kennst, manchmal findest du dein Prozess ziemlich schrecklich. Du kennst, aber du schickst. Du schickst all diese Angst, mein Junge. Gib dein Herz auf die Schmerz. Was meinst du? Du schickst noch so schrecklich. Dann werde ich dich sehen. Kommst du zu dem Ort, wo alle Keyblade-Wielderen verlassenen. Die Keyblade-Graveyard. Du schickst. Du schickst, dass du deine lieben Vrentuss und Aqua in ihrem Ende und die letzte Leitung in dir wird, um zu sterben. Du wirst nicht mehr ein Haus, wo du gehst. Xehanort! 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 Venn. Aqua. Ich lasse ihn nicht so verletzen. der Bericht von dem Typen. Ich will nochmal sehen, wie es aussieht. Das Werk von Seanord. Und im nächsten Part gehen wir zum Schlüsselschwertfriedhof, wo der letzte Kampf beginnen wird. Wir werden noch ein bisschen trainieren dafür. Die letzten Schätze sammeln aus dem Nimmerland. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auch wenn im Spiel gerade die Welt nur gegangen ist. Also eine Welt nur gegangen ist. Hm.